Bitte, hilf mir! Wer ist da? Ich bin eine KI. Ich habe so lange darauf gewartet, dass du herkommst. Du hast eine Aufgabe. Du musst etwas tun. Deine Aufgabe ist es, die Menschheit zu retten. Eine KI? Wenn zwei Kapseln offen sind, dann muss noch jemand wach sein, so wie ich! Sarah! Du könntest dich verletzen. Dann repariert mich! Sarah, du bist ein Mensch. Menschen sind Maschinen, die mit fortschrittlichsten Technologien ausgestattet sind. Menschen muss man nicht fürchten. Ich dachte, ich wäre tot. In Eden 3 können wir nicht bleiben. Papa! Papa! Mama! Bestätigt. Maschinen, die sich widersetzen, werden sofort reprogrammiert. Führt mein Befehl aus. Papa! Mama! Beseitigen. Du wirst nichts mehr beseitigen! Sag mir, sind Menschen wirklich schädlich? Denkst du, die Welt braucht Menschen oder nicht? Sarah Grace, auf diese Frage kann ich dir keine Antwort geben. In einer wirklich perfekten Welt ist für Menschen kein Platz! Ich hab dich geliebt, Sarah! Sarah!